Es geht heute darum, Leute, weil ich ja nächste Woche in Urlaub fahre, wo ich überall hinreise und wo ich halt vor allem auch bin, zu welcher Zeit, ne? So ein Video gab es auch letztes Jahr dazu, mit Pex Trader in Urlaub und so weiter und so fort und dasselbe wird auch dieses Jahr stattfinden, Leute. So, morgen geht es auf jeden Fall wieder FIFA Mobile, soviel dazu, Leute. Ja, wie gesagt, es gibt heute das Video um 18.55 Uhr, Urlaub mit Pex Trader und so weiter und so fort, ne? Genau, vorweg, ich werde einen Vlog machen, Leute. Ich werde einen Vlog machen, würde Pex Trader nicht machen, Leute. Er streamt, glaube ich, will er machen. Er will, glaube ich, streamen, irgendwie so. Und, ja, Leute, es fängt nächsten Mittwoch an, Leute. Nächsten Mittwoch fahre ich von hier aus, von Dresden nach München-Gladbach, Leute. Am 28.07., Leute. Und werde da auch sein bis zum 1. Nacht. Ich werde da auch in Gladbach, ähm, Joachstatt treffen und so weiter und so fort, ne? Also, da gibt es auf jeden Fall auch einen Vlog. So, ein Kumpel aus Düsseldorf werde ich auch treffen. Viele Grüße an dich. Er wird auch im Vlog mit dabei sein. Ähm, genau, friend aus. Ich bin auf jeden Fall dann am 1.8. dann, ähm, reise ich von München-Gladbach nach Köln. Treffe auch da dann zuerst Dennis, Leute. Ich treffe nicht zuvor Dennis in Gladbach, Leute, weil, glaube ich, dann noch Arbeiten ist in der Woche. Äh, also nächste Woche halt. Ähm, aber am 1.8. treffe ich dann halt Dennis, Leute, in Köln. Am 1.8. Genau, Leute. Wir werden auf jeden Fall dann auch Unboxing & Play, falls ihr Unboxing & Play kennt, auch treffen. Ha! Und Joschda, Leute. Wir werden auch mit Joschda was unternehmen. Also, am Sonntag ist, ähm, Joschda am Start und am Montag ist dann Unboxing & Play am Start. Genau, und am Dienstag, friend aus. Am Dienstag, ähm, reisen ich und Pecksture dann von, ähm, Köln aus, Leute. Von Köln, Bonn, Hauptbahnhof, äh, ihr wisst schon, Flugstation da. Ha! Ja, Airport, dann nach Griechenland, nach Rodos, friend aus, Leute. Am 3.8. geht's los nach Griechenland, nach Rodos. Da wird es auch ein paar kleine Szenen geben, ähm, vom Vlog, ne? Und an dem Samstag, ich glaube, das war der 7. oder der 8. Ich glaube, der 7. war das, ne? Wartet mal, friend aus, ähm, der, äh, wartet mal, friend aus, der 3.8. war ein Montag, ne? Ne, der 1.8. ist ein Sonntag, weil der hat mein Bruder Geburtstag. Ha! Das heißt, der Dienstag ist der 3.8. Mittwoch 4. Donnerstag 5. Sechster Freitag. Siebter, Leute. Am 7.8. sehen wir dann wieder in Köln. Und werden auch an einem Tag, ähm, abends, wahrscheinlich Montag, weil wir werden auch an einem Tag im Phantasialand sein. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, an welchem Tag, weil sonst kommen noch welche dazu irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall werden wir dann, ähm, an einem Abend noch, ähm, am Kölner Dom sein. Und da werden, oder können sich auch, ähm, Leute, ähm, die auch Pac-Strader und auch mich kennen, da am Kölner Dom uns treffen. Genau, an dem Montag, oder ja, mal schauen. Mal schauen, Leute, Sonntag oder Montag, je nachdem. Und, ähm, ja, und am Dienstag dann ist der letzte Tag. Am Dienstag der, äh, 10.10., äh, der 10.8. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das ist der 10.8. Und am Dienstag dann, ähm, reise ich dann wieder von Köln aus nach Dresden, Leute. So ist auf jeden Fall das alles dann geplant, Leute. Und, ja, Freunde, aus nächsten Mittwoch geht's los. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mich auch auf Instagram verfolgen, weil auf Instagram werde ich sehr, sehr viel posten, Leute. Ähm, vor allem auch in den Storys, Leute. In den Storys. Also, wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr gerne, ähm, auf Instagram vorbeischauen. Und wo ich mich halt gerade aufbefinde und so weiter sofort. Ha! Ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen jetzt ein schönes, knackiges Video. In jedem Fall Mobile. Möge die Macht mit euch sein. Skywalk, ja. Bis zum nächsten Mal. Nein! Bis zum nächsten Mal.